Polizeiberichte Berlin 26. Juli 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Bedrohungslage mit Schusswaffe Nummer 1294 Gestern Vormittag drohte ein Mann in Spandau im Zusammenhang mit einer geplanten Zwangsräumung aus seiner Wohnung heraus, mit einer Schusswaffe auf Menschen zu schießen. Gegen 9.30 Uhr wurden Polizeikräfte durch eine Gerichtsvollzieherin zum Brunsbütteler Damm gerufen, nachdem sie von einem 62-jährigen Mann aus einer Wohnung heraus massiv bedroht wurde. Als sich nachalarmierte Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos der Wohnung näherten, schoss der Mann unvermittelt mehrere Male von innen auf die Eingangstür. Um eine unmittelbare Gefährdung für Unbeteiligte auszuschließen, wurden Bewohnende des Hauses sowie Anwohnende umliegender Häuser aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Zusätzlich wurde der Brunsbütteler Damm zwischen Grünhoferweg und Naunerstraße komplett gesperrt. Da der 62-jährige Mann auf keinerlei Verhandlungsversuche reagierte, drangen die Einsatzkräfte nachmittags gewaltsam in die Wohnung ein. In der Wohnung konnte der Mann nur noch leblos aufgefunden werden. Dem derzeitigen Erkenntnisstand nach hatte sich der 62-Jährige selbst mit einer Schusswaffe das Leben genommen. Die weiterführenden Ermittlungen dauern an und werden durch ein Fachkommissariat der Direktion 2, West, geführt. Bericht, Festnahme nach Flucht vor Polizei Nummer 1295 Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen 27 Jahre alten Mann fest, nachdem dieser versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und mit seinem Wagen geflüchtet war. Gegen 18 Uhr fiel der Besatzung eines Einsatzwagens in der alte Hellersdorfer Straße ein geparkter Renault auf, der Fälschungsmerkmale am hinteren Kennzeichen aufwies. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und einer von ihnen begab sich zu Fuß zur Fahrerseite des Renaults. Der 27-Jährige bemerkte den Beamten und startete daraufhin seinen Wagen. Als der Polizist die Fahrertür öffnete, fuhr der 27-Jährige rückwärts auf die Zossener Straße und prallte mit der geöffneten Autotür gegen den geparkten Einsatzwagen der Beamten. Der Mann flüchtete dann mit nach außen abgeknickter Tür und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Landsberger Allee. In der Teupitzer Straße stellte der Mann seinen Wagen ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Er konnte von den Polizisten in der Stendaler Straße gestoppt und festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete er jedoch erheblichen Widerstand, weshalb ein Reizstoffsprühgerät zum Einsatz kam. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Wagen über keine Haftpflichtversicherung verfügt und das Zulassungssiegel manipuliert war. Zudem ist der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein erster Schnelltest ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die durch den Einsatz des Reizstoffsprühgerätes verursachte Augenreizung des Mannes wurde von alarmierten Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt. Danach brachten ihn die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme sowie erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, aus dem er anschließend entlassen wurde. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen, unter anderem wegen Unfallflucht, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Führens eines Kfz unter Rauschmitteleinwirkung dauern an. Sie werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, geführt. Bericht, Jugendliche vermisst, Polizei bittet um Mithilfe. Nummer 1296 Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer Jugendlichen. Die 14-jährige Martha Zöllmer wird seit Montag, den 24. Juli 2023 aus der elterlichen Wohnung in Prenzlauer Berg vermisst. Sie wurde an diesem Tag zuletzt gegen 13 Uhr am U-Bahnhof Eberswalder Straße gesehen. Die Jugendliche ist aufgrund einer psychischen Erkrankung auf Medikamente angewiesen. Sie wird wie folgt beschrieben. Personenbeschreibung Schlank Braune Augen Kurze Haare, und gefärbt, überwiegend rot, schwarz, blau. Zwei lange geflochtene Haarsträhnen mit buntem Perlenschmuck. Kleines Nasenpiercing, schwarzer Ring. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie wie folgt bekleidet. Grüne Jacke mit vielen Taschen. Weite grüne Hose. Grau gemusterte Schuhe der Marke Allstars. Mitgeführte Gegenstände. Blaue gemusterte Bauchtasche. Braune Umhängetasche aus Leder. Viele Ketten und Schmuck. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen. Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Jugendlichen geben? Wer hat die 14-Jährige seit dem Mittag des 24. Juli 2023 gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord, am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern 030-4664-173.400, zur Bürodienstzeit, und 030-4664-171.100. außerhalb der Bürodienstzeit, per E-Mail an dir 1k34-at-polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.